Ich bin der Xing Experte Nummer 1, also das sage nicht nur ich, sondern das sagen andere von mir auch. Ich bin seit acht Jahren ausschließlich mit dem Thema Xing unterwegs. Es hängt ein bisschen davon ab, in welcher Situation man ist. Ich sage mal, wenn man zum Beispiel Unternehmer ist, dann könnte ich Ihnen zeigen, wie Sie Ihre Mitarbeiter zu Markenbotschaftern auf Xing machen und wie Sie Ihre Mitarbeiter dazu nutzen, Unternehmensneuigkeiten auch in dem Netzwerk der Mitarbeiter zu verbreiten. Wenn Sie Einzelunternehmer sind, dann kann ich Ihnen zeigen, wie Sie Xing für sich nutzen, um vielleicht Kunden und Kooperationspartner zu finden und die Folge könnte man noch weiter spinnen. Wenn Sie gerade einen Job suchen, können Sie Xing nutzen, um einen neuen Arbeitgeber zu finden. Wenn Sie Mitarbeiter suchen, können Sie Xing halt nutzen, um neue Mitarbeiter zu finden. Xing ist ein Werkzeug, mit dem sehr viel geht und das ich in- und ausfindig tatsächlich kenne. Vielen Dank.